Saus Leute, heute habe ich zwei Szenen für euch, einmal auf Interchange und einmal auf Streets, jeweils Teamfights und das in der Nacht, da ging es irgendwie ordentlich zur Sache, in der Nacht war ganz schön Betrieb und ja, viel PvP, schöne Flanks und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, wie immer, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, Link unten im Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da, hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, jetzt viel Spaß. Irgendwas rennt da hinten. Ist er jetzt auf meiner Ebene oder ist er im Keller oder? Schwer zu sagen oder kann man nicht sagen, sagen wir es mal so. Zwei, höre ich. Einer ist da hinten gerade gesprungen, einer looted hier unten und einer ist hier. Hinten sind gleich drei. Boah, das ist so übel, Mann. So, das ist so übel, Mann. Wir hocken unten zu zweit an der Treppe. Oh, hab ihn. Die war nicht schlecht, die Nate. Geht's, head over. Danke, Horst. Schauen wir mal. Ich müsste ihn unten tauschen. Ich kann aber nicht die Treppe runtergehen. Jetzt muss er anders machen. Ich muss hinten runtergehen. Ich glaube, es sind noch zwei, was ich gehört habe. Einer war noch irgendwie weiter hinten. Bin ich mir ziemlich sicher. Das Problem ist, diesen langen Gang da entlang pushen. Richtig nervig. Ich schaue jetzt hier einmal, aber eigentlich gehe ich eher außenrum. Hier rein pushen ist richtig scheiße, wenn der da hockt. Das Gute ist, er hat schon einen Toten made. Das heißt, er wird nicht allzu weit gehen, weil er erst mal das Gear saven muss. muss aufpassen, hier war noch irgendwo einer in der Mitte. Das heißt, er wird nicht alle in der Mitte, ne? Den war nicht. Obwohl, nee, ist ein anderer. Der Interchange ist so angenehm mit dem Night Vision. Man sieht was, obwohl es jetzt schon Tag wird. Da hinten war noch einer. Habt ihr gesehen? Da. Der war immer noch drauf eingestellt, dass ich hier runterkomme. Ich weiß nicht, ob es ein Scaff war hier hinten. Ne. Links im... Hier links irgendwo drin. Einen Night nur noch. RIP. 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 He hit'n his own well Oh, we seen Sean Mein Looten will ich seh'n nicht Ist mir egal, aber Shit Weiß halt nicht, ob hier links frei ist Das ist das Problem Er zang Also Solide Und dann zeigt sich er Sag doch, da war noch einer Ich sag's doch, da war noch einer Man dürft sich nicht täuschen lassen Man muss sich immer auf seinen Zaun verlassen Wenn man was gehört hat Dürft man sich nicht einreden, dass da nix war Noch was Ist was gesteppt Gesprungen Er kann auch in der Tiefgarage sein Er ist nicht auf der Treppe, der ist unten Oder er kommt jetzt hier Das Gäff würde ihn verraten Er ist hier Er ist da, genau Ich dachte eigentlich, er geht in den Rechtspeak, er ist in den Linkspeak gegangen, ist auch okay. Ein bisschen hell war, Höhen tue ich nix. Oh shit. 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 Waren die aus der Polizeistation? Kleine Natte. Oh Gott, wieso komme ich nicht mehr durch? Die haben ja saftig gelootet. Oh, boah. Oh, boah. Oh, boah. Oh, boah. Brett, vielen Dank für das Foto. Willkommen. Weichen sich an. So, heißt es schon immer, Danny. Sehr lange. Let's get it. Alter, was machst du denn? Let's get it. Let's get it. Das war's für heute. Noch einer. Einer ist tot. Einer ist tot. Einer ist tot. Der Druck war zu viel für ihn. Eigentlich wollte ich da bloß in Ruhe looten. Wir hätten alle Freunde sein können. Da ist noch einer. Aber nein. Das muss er wieder so tun, als müsste er auf mich schießen. Okay. Einer war noch auf der anderen Seite. Die haben mich von zwei Seiten geflankt. Entweder ein Nachzügler von den anderen. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Wo ist der andere hinten? Ich kann hier nicht den Gang entlanglaufen. Das geht nicht. Den habe ich ja auch hier, genau. Nee. Step. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.